Moin ihr Lieben, ich bin Katharina und es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Wie ihr schon im Titel sehen könnt, geht es heute um ganz besondere Washi-Tapes, die ich euch einmal vorstellen möchte und zwar habe ich diese bei Wish bestellt. Wer mir auf Instagram folgt hat sicherlich schon gesehen, dass ich sehr künstlerische und auch sehr breite Washi-Tapes bestellt habe. Diese habe ich bei Wish gefunden, verlinke ich euch natürlich einmal in der Infobox das Ganze und ich muss sagen, die sind einfach nur wunderschön. Fange ich mal mit welchen an, die ein bisschen unspektakulärer sind. Das sind diese zwei. Das ist im Prinzip fast das gleiche in zwei verschiedenen Farben. Finde ich einfach nur super schön, da sind so Blumen drauf, also so eine Blumenwiese und einmal ein Kornfeld so ein bisschen. Finde ich wirklich einfach nur schön und auch als Kombination extrem klasse. Des Weiteren habe ich diese drei bestellt. Das sind welche mit verschiedenen Motiven drauf, die so künstlerisch gemalt sind. Einmal eins im Bereich Fotokamera und so weiter, wo auch ein MacBook drauf ist, ein Kopfhörer drauf, Polaroids, ein Filmstreifen, also ein alter Fotofilm, ein Stativ, ein Licht, all solche Dinge. Dann habe ich eins mit Stiften und Pinseln, also wirklich, wer künstlerisch malt und so weiter, für den ist das vielleicht auch was. Und eins im Bereich Büro vielleicht, da ist ein Zirkel drauf, eine Brille, Stifte, ein Planer und solche Sachen. Auch super schön, die sind einfach so, die haben dieses gewisse Etwas und dieses Besondere, finde ich. Dann habe ich welche bestellt, die um einiges breiter sind, wenn man sich das mal genau anguckt. Hier ist es einmal, der Vergleich. Davon habe ich insgesamt fünf Stück bestellt. Einmal eins mit so verschiedenen Blumen drauf. Eins mit verschiedenen Sprüchen in so Farbklecksen, in so ein bisschen rötlichem Pink, Lila. Dann habe ich eins mit so, ebenfalls so Sprüchen, aber ohne solche Farbkleckse, in so ein bisschen Goldbraun. Und zwei, die ich mit am liebsten mag. Einmal eins mit herbstlichen Blättern, Pilzen und so weiter in so Herbstfarben. Und eins eben in grün mit Blättern, Blumen und so weiter drauf. Ich muss sagen, wenn man sich ein bisschen beschäftigt damit, mit dem Thema Washi-Tape und allgemeinen Tapes, kann man bei Wish sehr günstig sehr, sehr, sehr wunderschöne Tapes finden, die woanders einfach gefühlt ein halbes Vermögen kosten. Wenn man sie bei Deutschland bestellt, dann haben diese Leute, die auch oft ja aus dem Ausland, aus dem asiatischen Bereich, da sie ja von dort kommen, solche Tapes. Und ich muss sagen, Bords sind sie einfach schön günstig und man hat etwas Besonderes und nicht immer nur dieses Einfarbige mit irgendeinem komischen Muster drauf, was mir in vielen Fällen auch einfach nicht gefällt. Mir gefällt diese Standardmäßige eben oft nicht ganz so gut. Habt ihr solche ähnlichen Tapes? Mögt ihr überhaupt solche besonderen Tapes? Oder sagt ihr Hauptsache schlichte Tapes oder eher ohne Tapes im Planer oder allgemein? Was seid ihr für Tapes? Würde mich sehr interessieren. Ich gucke zum Beispiel auch sehr gerne unter ähnliche Produkte bei diesen Tapes. Denn über ähnliche Produkte, über die Kategorie, findet man sehr gut auch sehr schöne Produkte, die dem ähnlich sind. Weil wenn man eine Sache toll findet, mag man Dinge, die dem ähnlich sind, ja auch sehr gerne. Ich hoffe, es war eine Anregung für euch, vielleicht mal bei Wisch zu gucken, was so künstlerische und eben besondere Tapes angeht, wenn ihr gerne mit Tapes bastelt. Über einen Kommentar, ob ihr da schon mal geguckt habt, da vielleicht schon mal Tapes bestellt habt oder vielleicht sogar welche von denen habt, die jetzt bei mir neu einziehen durften. Würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! 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 Tschüss!